Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Mullen, liebe Kasper, schön, dass ihr wieder da seid bei Rüdiger. Und ich habe heute einen richtigen Leckerbissen für euch. Ein Classic vom 13.02.2022. Und Reini, ja, Reini zeigt mal wieder, wie arrogant er eigentlich sein kann. Wie überheblich, wie provokant und wie er es schafft, ja, eigentlich ohne Komm zu mir zu rufen, Komm zu mir zu rufen. Es ist echt der Hammer. Also, als ich das das erste Mal gesehen habe, ja, war ich kurz davor, durch die Decke zu gehen. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die unbedingt Reini besuchen mussten, aber ich denke mal, einige werden sich dann fürs nächste Wochenende doch die Zeit genommen haben für einen spontanen Trip nach Franken. Ja, und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt rein, schauen mal wieder bei Winklers Liste, denn es ist doch deutlich angenehmer, eine Zusammenfassung zu haben, also einer der besten Kanäle im Game. Ja, Reini, wieder mal im schwarzen T-Shirt, diesmal wirklich schwarz, es scheint recht neu zu sein. Ja, mit Schnörres und komischem Seiten-Mittel-Scheitel-Dingens. Sieht anders wild aus. Naja, wir gehen rein. Ähm, eigentlich wollte ich mir das Wochenende freinnehmen, aber... Okay, fängt schon mal mit dem Lacher an. Das ist gut. Keine Begrüßung, kein Metal-Leute, kein Wie geht's, hey, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Nein, es geht los mit einem riesigen Witz. Er wollte sich Urlaub nehmen, also Urlaub vom Urlaub. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man sonst eh nicht arbeitet, aber... Ein paar hässliche, dreckige, asoziale, verfickte, Bastard, Hurensohn, Arschkind, Hundescheiß, Katzenfresse, scheißene Hurensohne haben wir wieder... Reini, Contenance, Contenance, du wirst gerade ein bisschen beleidigend... Ja, eins draufgesetzt, in dem sie jetzt über meinen Zaun geklettert sind und mein Breitbandkabel abgeklemmt haben, abgerissen haben, kaputt gemacht haben, wie auch immer. Pfff... Ihr wisst schon, dass ich... Boah, habt ihr das gerade auch? Boah, das zieht durch den ganzen Körper. Wirklich, es... Also, ich zitter gerade fast schon. Es ist, äh... Es fühlt sich an wie ein Ausschlag. Mein Gott, wie sehr wollen sie provozieren? Reini, ja. Die Leute mitmachen, überheblich sein, bis zum Gehtnichtmehr und sich dann wundern, wenn die Leute vor der Tür stehen. Weil's so schön war, nochmal. Ach, diese schöne, ehrliche Lache, das ist doch herrlich, nicht wahr? Puh, naja. Ja, aber wir wissen alle, was die Konsequenz davon war. Reini macht sich über die Hater lustig. Ist schon, dass ich Glasfaser nutze, oder? Das Glasfaser verläuft unter der Erde. Äh, ich lade das Video hier auf meinen Hauptkanal und auf meinem Gaming-Kanal, äh, auf meinen Hauptkanal und auf meinem Blockkanal hoch. Einfach nur deswegen, weil es einfach so jämmerlich erbärmlich ist. Er schießt... Boah, ist das schön. Diese ganze Provokation von Reini. Wie dumm doch die anderen sind, dass sie nichts drauf haben. Ich meine, ich find das auch albern, irgendwie irgendwelche Kabel da zu zerstören. Aber was macht Reini? Er geht hin, er provoziert. Er macht sich über die lustig, weil sie irgendwas gemacht haben, was halt nichts bringt. Und was ist die logische Konsequenz? Sie kommen wieder und bringen's dann zu Ende. Sie beschädigen danach diesen, äh, Verteilerkasten für die, äh, für Glasfaser. Ja, Reini, es liegt unterirdisch, ähm, das Kabel. Das Problem ist, die Verteilung ist halt oberirdisch und wir haben einfach die komplette Verteilung beschädigt für den ganzen Ort. Nicht nur du hattest kein Internet mehr, der Rest auch nicht. Keine coole Aktion, aber du wolltest es ja anscheinend so haben. Du hast das so genossen, du musst es allen unter dir in die Nase reiben. Ja, und irgendwie hast du die Konsequenzen bekommen. Sieh's doch einfach. Habt ihr noch alle Waffeln in der Latte? Ja, also Waffeln in der Latte ist schwierig, aber... Aktion davon, dass es Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ist und ihr dabei nicht nur mir, sondern auch der Gemeinde, der in das Grundstück gehört. Von Rechts wegen her, weil ich noch hier wohne und noch Wohnrecht hab, ist, äh, ist Hausfriedensbruch gegen mich. Das heißt, ich zeig die an. Und es ist Wohnrecht, äh, es ist Sachbeschädigung gegen die Gemeinde, was wiederum die Gemeinde höchstwahrscheinlich anzeigt. Zeigen die auch deine Gesichtskirmes anzunehmen? Reini, ich glaub, die Leute, die das gemacht haben, denen ist das recht egal. Die, ähm, sind ein wenig stumpf, würd ich mal sagen, was das angeht, sonst würden sie es nicht tun. Die interessiert das nicht sonderlich, aber... Ihr habt uns verkackt, weil ihr von zwei Leuten angezeigt werdet, oder von zwei Parteien. Gott, Leute, ganz ehrlich, erschießt euch doch bitte einfach. Ja, das ist auch schön. Wieder, ähm, ja, das Entleiben der Personen ansprechen. Aber ich erinnere mich da auch an Videos, da hast du gesagt, du würdest sowas niemals machen. Nie, niemals. Und wenn du halt sagst, dass du sowas nie machen würdest, können wir uns absolut sicher sein, dass du es entweder schon gemacht hast, oder es halt noch kommen wird. Ja, es ist nicht cool, Reini, ähm, solltest du dir auch sparen. Also doch einfach bitte die Fresse und erschießt euch einfach. Ähm... Ja, nochmal, Reini, es ging nicht darum, was sie gesagt haben, glaube ich, sondern was sie getan haben. Durch Worte kann man keine Kabel beschädigen. 2.30 Uhr ungefähr. Ähm, ich verstehe solche Menschen nicht, die immer die Fresse aufreißen und immer so... Und, äh, du bist ein Loser, äh, du bist ein Fettzeug, äh, du bist ein Asozialer, äh, du bist arbeitslos, obwohl ich zehnmal so viel verdiene, wie die wahrscheinlich jemals verdienen werden. Reini, ähm, es ging gerade noch um dein kaputtes Kabel. Hast du jetzt irgendwie vergessen, wie du das Video angefangen hast, worum es eigentlich ging? Es geht darum, dass Leute dein Internetkabel, dein Breitbandkabel, DSL-Kabel, was auch immer, halt diese Kupferleitung, kein Glasfaser, beschädigt haben. Du wolltest jetzt groß halt erzählen, ja, es war unnötig, weil du es eh nicht mehr benutzt, du benutzt Glasfaser, ja. Was erzählst du jetzt gerade schon wieder? Keiner von denen hat wahrscheinlich mit dir gesprochen. Du hast wahrscheinlich auch eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Wahrscheinlich so, wenn die Stadt es gemacht hat, dann wahrscheinlich auch. Von was erzählst du denn gerade? Wer hat denn was erzählt? Du schwätzt die ganze Zeit in die Kamera. Einen Monat. Mich kotzt das einfach an. Vor allem diese Aussage immer, du scheiß Sonderschüler. Schau diesen Sonderschüler an, was er erreicht hat. Verdient 8, 9, 10.000 Euro im Monat. Reini, hast du nicht auch in deinen letzten Videos gesagt, dass du nicht mehr über Geld drehst? Ey, dass du mal nicht über Geld redest. Komischerweise redest du immer über Geld, wenn du damit angeben kannst, wenn du dich damit als gut oder als besserer Mensch hinstellen kannst. Und Reini, ich sag's nicht gerne, aber Zukunftsreiner wird leichte Probleme mit deinen jetzigen Aussagen haben. A, glaube ich nicht, dass du 10.000 Euro verdienst. Und B, wirst du in nicht allzu ferner Zukunft schon wieder hoch verschuldet sein, weil du so gut mit Geld umgehst. Mit, äh, pff, was weiß ich, allen Tausenden von Menschen, aber Tausenden von Menschen in Kontakt, Tag für Tag. Äh, Hunderttausende von Menschen, wenn nicht Millionen von Menschen kennen ihn. Ähm, schau an, was ich erreicht hab. Ich bin als kleiner, dummer Sonderschüler, äh, zur Welt gekommen. Ich werd wahrscheinlich auch als... Nein, Reini, du bist nie als Sonderschüler zur Welt gekommen. Äh, du hast dich irgendwann dafür qualifiziert. Sagen wir's mal einfach so. Als kleiner, dummer Sonderschüler sterben. Äh, ich geh meinen Weg. Die Hater versuchen mir seit 8 Jahren Steine in den Weg zu legen. Jedes Jahr werden die Hater-Aktionen asozialer. Ihr sollt echt mal drüber nachdenken, ob ihr noch alle Waffeln an der Latte habt. Schade. Ja, ich werd mal meine Waffeln an der Latte mal überprüfen, ob noch alle da sind. Äh, Reini, ja, es ist ein Teufelskreis. Deine Provokationen werden krasser und die Maßnahmen der Hater wurden auch krasser. Am Anfang war es nur ein gegenseitiges Necken, ein Triggern. Ja, und das ist irgendwann komplett eskaliert. Körperverletzungen von dir, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch von den anderen, ja. Aber du bist einer der Protagonisten in der ganzen Sache. Du hast damit viel zu tun. Es ist nicht so... Dieses Video, was du gerade hochlädst, wird dafür sorgen, dass wieder Leute kommen. Und diesmal gehen sie halt nicht ans Kupferkabel, diesmal reißen sie halt das Glasfaserkabel raus. Und dann war's das. Musst du aber auch gar nicht so gucken. Ist wirklich so. Mir weiterhin, wenn ihr meint. Ein Haterkanal nach dem anderen, Regenbogen scharf, Molumbi, Affenkeks, ABCDEF. Äh, Affenkeks hat glaube ich gar keinen Kanal. Ja, Reini, und den hast du gerade wiederholt. Reini, das ist Jahre her. Die sind vor Jahren aus dem Drachengame ausgestiegen, weil denen das langweilig wurde. Weil es halt sehr monoton irgendwann wird. Weil du sehr monoton bist. Weil dir, naja, man könnte sagen, die Ideen ausgegangen sind. Nein, du bist halt sehr unkreativ generell. Weil es kommt halt nichts Neues irgendwann. Und nach ein paar Jahren, ja, der Klügere gibt nach. Die Haters suchen sich ein neues Hobby. Nur du bleibst halt. Und für dich, ja, dreht sich das Alst quasi immer im Kreis. Ja, Reini, wie sie alle verschwunden sind. Also, Roxau gibt es jetzt immer noch. Der macht auch nicht nur Sachen über dich. Der macht auch alles mögliche. Auch wenn es gerade mal wieder ruhiger geworden ist um ihn. Aber der wird irgendwann, wenn er Bock hat, wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. So ist das halt. Deine aufgehört oder wurden von mir destroyed. Und ihr lacht euch im Moment an. Ja, darüber muss ich auch lachen. Sie wurden von dir destroyed. Reini, das ist den Leuten so egal. Dann machen sie sich halt einen neuen Kanal. Passiert halt. Aber es ist halt kein Problem. Der Einzige, beziehungsweise derjenige, der keinen YouTube-Kanal mehr hat. Und der auch keinen mehr kriegt. Den schaue ich gerade an. Und der hat gerade ein sehr großes Mundwerk. Einen Arsch ab darüber, weil ich ja im Knast lande. Ja, warum lande ich denn im Knast? Weil ich mich gegen euch Huren so, wenn ich seit acht Jahren wehre. Nein, Reini, wir versuchen das schon länger dir zu erklären. Wenn man sich verteidigt, dann ist das völlig in Ordnung. Aber da du dich nicht verteidigt hast, sondern angegriffen, wurdest du verurteilt. Und das zu diesem Zeitpunkt zu einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Das wird nochmal in der zweiten Verhandlung geändert. Dann bekommst du die zwei Jahre auf Bewährung. Aber du wirst trotzdem verurteilt. Du wirst nicht freigesprochen. Ich habe letztes Jahr im April meinen ganzen Hof komplett picobello sauber gemacht. Ja, Reini, und das ist auch gelogen. Du hast ein bisschen was freigeräumt. Der Rand war immer noch komplett zugemüllt, damit du da mit dem Kärcher langlaufen konntest. Aber mit sauber hatte das nichts zu tun. Ich habe komplett hochdruckreine Kärcher gestrahlt. Habe auf meinen eigenen Kosten einen Container hergestellt, habe alles sauber gemacht, picobello. Und was ist passiert? Mein Grundstückschild schaut schlimmer aus als vor einem Jahr. Ja, Reini, sehr erwachsen von dir. Ja, du schmeißt halt weiterhin Müll überall hin. Es hat sich ja nichts geändert an deinem Verhalten. Und das, was du angeblich... Mein Gott, kann man da irgendwas vormachen so lange? Das ist ja wirklich... Ein Moment bitte, ich... Viel besser. Solange du halt diesen Lebensstil hast, dein Haus schummüllst, bei deinen Renovierungsarbeiten mehr Schaden anrichtest als Nutzen bringst, dann sieht das Ganze halt so aus. Und ja, deine Provokation mit den Hatern und es wurde ja auch erwähnt, dieser Broken Window-Effekt. Du verteilst Müll auf dem Hof, dann ist da überhaupt keine Überwindung für die Besucher, die zu deinem Haus kommen, da auch noch Müll hinzuwerfen. Genau dasselbe bei den Scheiben auch. Ich finde das auch nicht gut, dass Scheiben bei dir zerstört wurden von Fremden, aber du hast halt auch Scheiben zerschlagen. Und damit sinkt natürlich bei anderen auch die Hemmung, wenn die sehen, dass du das im Endeffekt auch machst. Ja, damit musst du leben. Mach den Balken mal weg. Für alle, die das nicht ertragen, kurz die Augen zumachen. Es geht weiter. Da braucht man sich auch noch mal wundern, dass ich euch für absolut feige, asoziale Bastarde halte. Dann kommt ihr mitten in der Nacht her, belästigt mit Böllern, mit eurem Rumgeschrei, mit eurem durch den Dorf durch Gebrettere, mit 150 kmh. Nein, nicht mit 150 kmh, mit 100 Sachen 80, wenn dann. Und über wen redest du da überhaupt? Wen sprichst du da gerade an? Wie die große Hatermasse, die alle kommen, die alle mit 180 Sachen dann durch die Straße fahren, durch die 30 Zonen, die alle vor deiner Haustür stehen? Also ich war noch nie bei dir. Die meisten waren wahrscheinlich noch nie bei dir. Das ist alles mal wieder nur in deinem Kopf. Ja, es gibt Leute, die fühlen sich getriggert, zu dir zu fahren. Die haben da eine schöne Zeit, machen sich über dich lustig und hauen wieder ab. Jo. Kann man gut finden, muss man nicht. Ich hatte jetzt noch nie den Reiz, da hinzufahren. Aber Reini, es sind halt nicht alle. Beim Nachbarn die Scheune knallt, wenn er da runterballert, wobei das auch schon fast passiert ist. Es ist auch schon fast passiert. Hm, Reini. Was meinst du mit, ist es fast passiert? Denkst du dir jetzt wieder eine Geschichte aus? Wahrscheinlich. Ja, wo es dann so acht geschnallt hat, es hat mir übernachtet, aber acht geschnallt, sind zwei Leute bei mir drüben in die Hecke gefahren, weil sie zu blöd waren, Auto zu fahren. Im Absicht davon, dass man hier überhaupt nicht durchzufahren hat. Hier ist Anwohner frei. Nein, Reini, jetzt habe ich auch schon öfters gesagt, es gibt dieses Schild nicht, es ist Anlieger frei. Und die Leute haben ja ein Anliegen, sie besuchen dich. Und tatsächlich ist es nach der Straßenverkehrsordnung so, dass der Besuchte damit auch nicht unbedingt einverstanden sein muss. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Ihr schaut immer auf mich, öh, schau mal, wie es bei dem ausschaut. Öh, schau mal, wie er ausschaut. Schau mal, wie fett er ist. Schau mal dich an, wie dumm du bist. Du bist ein Realschüler, ein Gymnasiast oder hast sogar ein Studium. Du bist in vielerlei Hinsicht beruflich besser aufgestellt, als ich es eigentlich wäre. Du bist es tausendmal besser, als jeder andere. Das ist nichts, was einen Menschen gut oder schlecht macht. Ob er einen Abschluss hat, ob er einen guten Beruf hat oder nicht. Es ist sein Verhalten, ob er sich vernünftig gegenüber anderen Menschen benimmt, vernünftig gegenüber Tieren benimmt, was er für, ja, für Aktionen bringt, sowohl seine Taten wie auch seine Worte. Und das ist das, was die Leute so auf die Palme bringt. Es ist doch allen völlig egal, was du für einen Schulabschluss hast. Ob du jetzt Sonderschüler oder Gymnasiast gewesen wärst, ist doch völlig egal. Es ist dein Verhalten. ...Schüler, der kein YouTube macht und dann legst du dich darüber auf, dass die Leute, die für dich irgendwann mal arbeiten würden, das sind nämlich die Hauptschüler und Sonderschüler, die dann für Leute arbeiten, die dann studieren und so weiter, legst du dich darüber auf, dass die zu dumm sind. Wenn jeder studieren würde, dann würde kein Mensch für dich arbeiten, weil jeder auf dem gleichen Level wäre. Also soll es dir mal ein bisschen dankbar sein für Menschen, die in der Sonderschule oder in der Hauptschule waren. Wir sollen jetzt dankbar sein. Reini, was du erzählst, ist natürlich wieder ziemlicher Quatsch. Natürlich, klar, wer ein Studium abschließt, potenziell kommt dann irgendwie in höhere Management-Position. Warum sollte man dir jetzt dankbar sein? Für was denn? Welche Leistung hast du denn im Beruf erbracht? Was hast du der Gesellschaft zurückgegeben? Gar nichts, Reini. Dein Verhalten ist eigentlich immer nur parazitär. Egal, ob Organisationen gegenüber, Privatpersonen gegenüber. Deswegen kann dich auch kein Mensch ausstehen. Letzten Endes sind es nämlich die Menschen, die am schlechtesten in der Schule abgeschnitten haben, die die Welt zusammenhalten. Es sind die Lkw-Fahrer, die vielleicht keinen guten Schulabschluss hatten. Es gibt auch welche, die einen guten Schulabschluss hatten, die es einfach nur aus, weil sie es gerne machen, machen. Gibt es auch. Also ich will nicht sagen, dass Chakka oder so dumm sind. Das ist nämlich nicht der Fall. Aber diese Menschen sind dafür verantwortlich, dass die Welt läuft, die eure materiellen Güter herstellen. Es sind die dummen, kleinen Sonderschüler. Reini, was erzählst du jetzt eigentlich? Wie bist du jetzt auf das Thema gekommen? Was hast du jetzt für ein Problem mit Akademikern? Reini, du redest wieder wirres Zeug. Und du bist nicht derjenige, der irgendwie die Welt zusammenhält. Bestimmt nicht. Ja, natürlich. Es gibt viele Menschen, die im Großen oder im Kleinen ein großes Zahnrädchen sind oder ein kleines und die alles am Laufen halten. Natürlich. Wir brauchen sowohl Chefärzte, wie wir auch viele Krankenschwestern brauchen. Anders kann er, oder Krankenpfleger. Anders kann es nicht funktionieren. Die einen haben bessere Qualifikationen, die anderen haben schlechtere und die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Ja, aber wo bist du denn darin? Du bist doch kein Zahnrädchen da drin. Du bist irgendwie ein Stein, ein Großer, der irgendwo alles blockiert und viel Schaden anrichtet. Schüler und Hauptschüler und die ganzen Kleinen, ja, die euren scheiß Arsch jeden Tag putzen, damit ihr überhaupt irgendwas habt. Also wie wär's, wenn ihr mal ein bisschen dankbar seid? Geht er jetzt davon aus, dass alle Hater Akademiker sind? Er hat sich völlig in Rage geredet, redet Wirres Zeug, ist jetzt von seinem Kabel, Kabel, was am Anfang beschädigt wurde über, die reden ja so viel Quatsch und sagen, dass ich ein Lügner bin und so übergewichtig wäre. Jetzt redet er über Akademiker und Studenten, warum auch immer. Aber ja, in seiner Welt ergibt es vielleicht Sinn. Weil ein Sonderschüler es wagt, sich über euch zu stellen. Ja, scheiße. Ja, Reini, wie kommst du da drauf? Was hast du denn gemacht, um dich über andere Leute zu stellen? Verstehe ich nicht. Also jeder, der ein kleines Rädchen in der Gesellschaft ist, irgendwas für die Gesellschaft macht, steht über dir. Ob er Hauptschüler, Sonderschüler, was auch immer war, jeder steht über dir, der irgendwas Nützliches macht. Ich hab's nun mal besser drauf gehabt, als die ganzen Realschüler und Gymnasiasten, die auch YouTube angefangen haben und mit zwei Abonnenten aufgegeben haben. Ich hab in meinem Leben Scheiße gefressen und das mehr. Man könnte jetzt natürlich sagen, du bist, was du isst, aber gut, erzähl ruhig weiter. Ja, das ist einmal. Und ich fress nach wie vor hier und da Scheiße. Ja, Reini, wenn's schmeckt, viel Spaß. Das muss man eben durchziehen. Und wenn man das nicht durchzieht, dann kann man sich gleich die Kugel geben. Also, wie gesagt, an die Leute, die versucht haben, mein Internet abzukappen. Und den hier ist für euch. Tschüss. Was für eine wirre Nummer war das denn am Ende. Völlig abgedreht. Reini hält sich mal wieder für das höchste Wesen, ne? Er steht über allen Menschen, egal was sie für die Gesellschaft gemacht haben, weil er angeblich erfolgreich bei YouTube ist. Okay. Das ist anscheinend in seiner Welt so. In meiner Welt, in der echten Welt. In eurer Welt natürlich auch. Ja, hat Reini nichts für andere gemacht, nichts für die Gesellschaft. Hat jetzt ein paar Monate anscheinend richtig Geld verdient. Ihm ist das komplett zu Kopf gestiegen. Mehr überheblicher kann man ja kaum sein. Ja, aber die Konsequenzen wird er trotzdem irgendwann fühlen, weil mit Geld umgehen kann er trotzdem nicht. Die Einnahmen bleiben irgendwann aus. Ja, und dann sitzt man in Zobis bei Uwe. In der Uwe-Schanze. Ganz einsam und alleine. Zockt den ganzen Tag. Macht er noch andere unappetitliche Sachen. Ja. Und das ist dann irgendwann sein Leben. Ganz oben. Über allen. Sonderschülern, Hauptschülern, Realschülern, Gymnasiasten, Studenten. Ja, Reini, nur in deiner Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Könnt auch gerne ein Abo abschließen. Es kommen noch viele weitere Videos. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle. Und wenn ihr bei meinem Gerede oder Reinis komischem Anfall vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt Gerson, Rüdiger heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.